Und mit Vollgas sind zwei der Zündkatzen heute zu uns gekommen, und zwar Jule Backenstraß, die Präsidentin des Clubs, und Katrin Graf. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie beide da sind. Wir sind ja nicht so ganz weit weg von der Südwestpfalz hier in Baden-Baden. Gab es zumindest mal die kurze Überlegung, mit dem Mofa nach Baden-Baden zu kommen, oder nicht? Die hätte es bestimmt gegeben, aber wir sind heute aus Köln direkt angereist. Das wäre zu weit gewesen. Mit 25 kmh, da wäre man ja 10 Stunden unterwegs gewesen, oder sogar noch länger. Noch länger. Noch länger, ja. Okay, warum in Köln? Wir waren auf der Intermod, das ist eine internationale Motorradmesse, und da waren wir von einem befreundeten Stand, waren wir dort und haben uns ein bisschen umgeguckt, und haben mal geguckt, was es Neues gibt. Das heißt, die Liebe fürs Motorrad ist voll entfacht? Fürs Mofa? Mofa schon. Ja, wir müssen mal eben erklären. Also Mofa sind ja die Kleinen, die wir gerade gesehen haben, die 25 kmh fahren. Wie ist denn dieser Club entstanden? Wie ist das Ganze auf den Weg gebracht worden? Also eigentlich hat es angefangen damit, dass bei uns im Dorf, wo wir herkommen, aus Hauenstein, da finden alljährlich einmal das Mofa Speedway statt, und einmal die Mofa-lympics. Und das machen Freunde von uns. Und die haben uns gefragt irgendwann, hey, habt ihr nicht Lust, so als Mädels da ein bisschen Entschleunigung reinzubringen, und dass das Ganze nicht so ernst ist, mit einem geschmückten Mofa, mit Fell und Pink und wie man sich so vorstellt. Weil die Männer das zu ernst genommen haben, ja? Da war es immer so ein bisschen bissig dann. Ja, ja, so war das Gefühl. Und dann haben wir halt gesagt, klar, warum nicht? Und sind dann mit 25 kmh mitgeknattert. Und irgendwann habe ich dann mal mit den Mädels gequatscht, weil wir die Cobras, das ist auch eine Mofa-Gang, eine sehr bekannte, die habe ich da schon länger verfolgt. Und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht auch einen Mofa-Club machen? Hatten Sie denn vorher schon einen Mofa? Nö. Nee, wir hatten nur, wir haben von den Freunden das Rennmofa gestellt bekommen damals, eine Garelli, eine alte. Und die haben wir dann halt richtig girly-mäßig geschmückt, mit pinken Girlanden und einem pinken Fell um den Tank. Und wir selbst haben dann auch ein pinkes Tütü angezogen, damit das halt... Auf die Spitze getrieben sozusagen, ja. Richtig überzogen. Und da gibt es auch ganz witzige Bilder. Da gibt es am Anfang immer so ein Le Mans statt. Und dann stehen da alle Jungs mit so Cross-Voll-Montur. Und man selbst steht da zwischendrin, hat ein pinkes Tütü an. Okay, was ist denn das Tolle am Mofa-Fahren? Ja, eben genau das. Das Langsame. Einfach wirklich die Zeit zu genießen, die Landschaft zu genießen. Nicht wie in einem Auto irgendwie eingepfercht und umschlossen, sondern wirklich in der Freiheit. Das bläst einem der Wind um die Nase. Das ist einfach ein Genuss. Das ist so eine Entschleunigung, muss man einfach sagen. Weil bei 25 Schluss ist. Oder könnt ihr ein bisschen schrauben, dass es ein bisschen schnell läuft? Man könnte, aber wir wollen gar nicht. Also und wir fahren auch, glaube ich, selbst unsere 25 kmh nicht immer aus. Aber der Club wird sehr professionell betrieben. Also es gibt das Logo. Das können wir nochmal zeigen. Einmal bitte kurz umdrehen. Eine Kutte sehen wir mal eben hier. Also die Zündkatzen, genau mit der Katze in der Mitte. Das gehört dazu. Das ist selbst entworfen, selbst entwickelt. Dann gibt es einen selbstgeschriebenen Song, den wir gerade auch im Beitrag gehört haben. Also das wird schon sehr professionell betrieben. Wer ist da die treibende Kraft bei Ihnen? Wir alle. Wir sind eigentlich alle. Alle daran beteiligt. Also wir haben natürlich, wie sich das für einen ordentlichen Mofag-Club gehört, weil wir ja wilde Rocker sind, haben wir natürlich eine Präsidentin. Eigentlich haben wir zwei Präsidentinnen. Wir haben eine Präsidentin, eine Vizepräsidentin. Wir haben jemanden, der das PR macht. Wir haben jemanden, der sich das Design ausdenkt. Aber letztendlich machen wir dann doch immer alles eigentlich zusammen. Wir sind eigentlich mehr oder weniger dann total gleichberechtigt. Und das macht einfach Spaß, wenn man sich dann trifft und sich gemeinsam dann eine neue Aktion ausdenkt und irgendwas Lustiges. Sind Sie Präsidentin auf Lebenszeit? Ich hoffe doch. Also bin ich jedes Jahr gewählt? Nein. Einmal gewählt, jetzt El Presidente. Ja, genau. Okay. Dann ganz wichtig natürlich diese Rockerkutte, die Sie auch anhaben. Wer entscheidet, was da drauf kommen darf? Das ist eigentlich jedem selbst überlassen. Wir bekommen ja die ganzen Patches, die drauf sind, bekommen wir ja von anderen Mofag-Clubs. Patches sind die Sticker? Die Patches sind die Aufnäher, die da drauf sind. Ja, okay. Und wir haben natürlich auch für die anderen Clubs Aufnäher und da wird dann getauscht untereinander. Okay. Da gibt es natürlich sehr Begehrte, wie zum Beispiel den von der, Jula das vorhin angesprochen, den von den Kobras. Den bekommt auch nicht jeder. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wo ist er denn von den Kobras? Da hinten. Direkt. Da, die Kobras, die in der Mitte. Genau. 25 Kilometer Freiheit heißt es da. Die Füße im Feuer, die Nase im Wind, weil wir Mofagocker sind. Okay, also ihr macht das ernsthaft, aber doch mit dem notwendigen Augenzwinkern. Absolut. Also eine sehr schöne Mischung. Wie oft finden eure Treffen statt? So wie wir Zeit haben. Also im Prinzip kann man es auch so sehen, wir sind einfach Freundinnen, die ein witziges Hobby betreiben. Und wenn wir Zeit haben, wenn es sich irgendwie unter einen Hut bringen lässt, treffen wir uns. Und wenn irgendein Event ansteht, gucken wir, dass wir zahlreich erscheinen. Also ganz locker. Jetzt haben wir im Film gesehen, dass es auch Treffen mit anderen Clubs gibt. Wie oft findet sowas statt? Also das im Film jetzt, das war unser eigenes Fest. Wir haben ein Festival veranstaltet, ins Leben gerufen, das Mofa-Festival. Und wir haben eingeladen und so findet es auch immer wieder statt. Also die ganzen Clubs, die es so gibt, betreiben einfach irgendwie dann oder erfinden ein Event und dann wird eingeladen. Ja. Also die Initiative, so in die Mofa-Welt einzusteigen, die kam von den Männern, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie reagieren denn jetzt die Männer auf den Mofa-Club der Frauen? Also geteilt, glaube ich. Also die Mofa-Männer, wenn man es so sagen will, die natürlich, die sind Feuer und Flamme, kann man ja so sagen. Und die ganzen anderen, die es überall gibt, die, glaube ich, die sind auch so ein bisschen gestört davon, dass es halt heißt nur Frauen. Die haben so ein bisschen das Gefühl, wir wollen so, wir sind Frauen, wir können das auch, was ja gar nicht so ist. Also es gibt beides, aber ich würde es jetzt nicht pauschalisieren. Die einen finden es gut, die anderen eben nicht. Haben Sie noch Pläne mit eurem Club? Ja, dieses Mofa-Festival, was wir dieses Jahr gemacht haben, führen wir auch nächstes Jahr fort, verbinden das aber mit einem guten Zweck. Da gibt es alle zwei Jahre die sogenannte Momoto, so nennt sich das. Das ist eine Fahrt mit dem goldenen Tank von Flensburg nach München, nur mit dem Mofa. Von Flensburg nach München, das sind 800 Kilometer? Ja, in etwa. Und der Tank wird von verschiedenen Mofa-Clubs von Station zu Station transportiert. Und der Erlös geht dann verschiedenen Kinderhilfsstiftungen zugute, je nachdem, was dabei erwirtschaftet wird. Und wir sind auch nächstes Jahr ein, ich sag jetzt mal, Austragungsort, der Momoto. Wir bekommen den goldenen Tank von Priemstal im Saarland, bekommen wir den, die 150 Kilometer nach Hauenstein gebracht. Dann machen wir unser Mofa-Festival, zu dem alle Clubs dann eingeladen sind. Und von dort aus fahren wir den goldenen Tank nach Bruchsal. Und so geht die Reise dann weiter. Also mit viel Spaß, auch noch für den guten Zweck, sich engagieren. Eine tolle Aktion, ein toller Club. Ich wünsche Ihnen, wünsche Euch, dass Ihr weiter viel Spaß habt im Club. Und ja, dass der noch lange besteht. Und vielleicht auch sogar noch weiter wächst. Danke für den Besuch heute bei Kaffee oder Tee. Danke.